Helene Fischer-Gitarristin packt aus, sie ist oft mit uns unterwegs. Ihre Shows sind Akrobatik, Leidenschaft, Magie, wer Helene Fischer schon einmal live gesehen hat, weiß, was das bedeutet. Zwei Stunden pure Ekstase. Das Team rund um die Schlagerkönigin gerät da gerne mal in den Hintergrund. Verständlich, schließlich ist es ja Helene, die die tausenden Zuschauerinnen und Zuschauer in die Hallen zieht. Was jedoch viele nicht wissen, auch hinter Helene Fischer stehen echte Virtuosen. Eine von ihnen ist Gitarristin Jasi Hofer. Sie ist es, die am Ende der Show zu Blitz mit Helene Fischer-Headbankt. Sie ist es, die zwei Stunden lang Helene musikalisch begleitet. Doch Jasi Hofer ist viel mehr als nur die Gitarristin von Helene Fischer. Sie hat eine eigene Band, spielt unter anderem für Stars wie die No Angels. Der Landesschau Rheinland-Pfalz gewährte die 31-Jährige einen Blick hinter die Kulissen ihres täglichen Tuns und sprach dabei auch über die Zusammenarbeit mit Deutschlands erfolgreichster Künstlerin. Jasi Hofer war von Helene Fischer positiv überrascht. Helene muss ich sagen, ich war da jetzt auch positiv überrascht, sie ist halt super menschlich. Sie ist eben nicht typisch Artist, ich stehe über euch, und ich habe auch nichts mit euch zu tun, sondern sie ist halt oft mit uns unterwegs, wir verbringen sehr viel Zeit zusammen, sie ist quasi ein Teil von uns, und deswegen ist es Family, strahlt die Musikerin. Spannend auch, bei den Helene Shows muss Jasi Hofer eine ganz andere Technik anwenden, was ich jetzt hier mache, was meine Technik angeht, und das Niveau, was ich abliefern muss, und von dem, was ich eigentlich mache, ist unterschiedlich. Ich bin hier Gitarristin und es ist viel Rhythmus-Gitarre. Das heißt teilweise eher basic. In meinem eigenen Spiel ist super viel Virtuoses dabei. Das sind unterschiedliche Welten, aber beide fordern mich auf ganz unterschiedliche Art und Weise.